Ja, viele Männer haben den Wunsch, ihre Haare zu stylen, können dies jedoch leider nicht tun, weil sie Haarprobleme haben. Ich möchte Kevin heute helfen, dass er endlich seine Haare wieder stylen kann und dafür ist er heute bei uns zur Transformation. Ja ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr einmal den Kanal abonniert. Und ja, heute ist Kevin bei mir. Schön, dass du da bist. Schön, auch hier zu sein. Du bist wirklich sehr, sehr lange schon Käppi-Träger. Heute hast du deine Käppi extra für mich abgenommen, weil ich dir natürlich gerne eine Transformation schenken möchte, dass du endlich wieder neue, coole Haare bekommst und einen freshen Hairstyle. Das werden wir jetzt gerne machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Watch this y'all. It's my hidden talent. Oh, you want me to do it again? Watch this y'all. It's my hidden talent. Oh, you want me to do it again? You want me to do it again? Watch this y'all. It's my hidden talent. Oh, you want me to do it again? You want me to do it again?